Hallo, ich bin der Dror von der Firma Genesis und heute möchte ich euch ein paar sehr schöne neue Produkte zeigen. Unsere Firma treibt seit langem Scheinwerfer, LED Scheinwerfer und wir haben die besten mit der besten Qualität. Jetzt habe ich etwas Interessantes gefunden. Wir haben seit langer Zeit gedacht, kann man einen guten LED Scheinwerfer finden, der auch attraktiv im Preis ist. Normalerweise kennen wir zwei Gruppen von LED Scheinwerfern oder die besten, die hochwertigen, die kosten Schweinegeld, die sind sehr 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 teuer. Oder die super günstigen chinesischen Scheinwerfer. Normalerweise sind sie eine Kopie von der guten Firma. Solche Scheinwerfer kann man in ein paar Euro finden. Aber man weiß, wenn wir fahren, oder für unsere Arbeit, wir müssen eine zuverlässige Scheinwerfer. Wir müssen etwas Gutes, das passt für unseren Bedarf. Und seit langer Zeit haben wir etwas gefunden. Wir haben eine Firma gefunden, die bietet uns ihren eigenen Entwickeln Scheinwerfer. Sehr gute LED Scheinwerfer, patentiert und mit guten Preisen. Nicht zu günstig, aber auch nicht zu teuer. Die Firma heißt Well Done. Und sie haben diese besondere Scheinwerfer entwickelt. Es ist eine LED-Bar, so wie viele andere. Sie haben ihre eigene Gehose entwickelt. Keine Kopie von anderer Firma. Es ist ein hochwertiger Scheinwerfer. Wir haben das getestet, probiert und wir müssen euch bald die Leistung zeigen. Wir haben in dieser Gruppe von Balken, wir haben Scheinwerfer mit zwei LED, vier, sechs, zwölf, 24 und 18 auch. Und sie kommen mit verschiedenen Streuwinkeln von Floodlight, Licht, Eurolicht oder Spot. Noch haben wir von der Well Done Firma. Wir haben einen Arbeitsscheinwerfer gefunden. Alle sind mit 10 Watt LED ausgestattet. Super stark, super stabil. Alle sind mit Aluminiumgehose. Sehr gutes elektronisches System. Alles von der eigenen Entwicklung von der Firma Well Done. Wir bieten auf die sehr schöne, kleine 10 Watt Spotlicht. Natürlich kann auch mit Flood oder Eurobeam kommen. Mit einem kleinen Käppich, Aluminiumgehose. Sieht sehr gut aus. Und bald zeigen wir euch die Leistung von dieser kleinen Scheinwerfer. Aber was, das Interessante, das schönste, das ich gefunden habe, das war der Giant. Der riesige, oh, Entschuldigung. Der riesige LED-Scheinwerfer. Der gibt es. Dieser Scheinwerfer, schau mal wie groß ist das. Okay, ist die größte, runde Scheinwerfer, die gibt es. Ist ausgestattet mit 12, 10 Watt LED. Okay, wir sprechen über 120 Watt. Das ist meine Lieblingsprodukte im Moment. Und ich hoffe, mein Auto auch mit vier Stück von solchen Scheinwerfern ausgestattet. Was schön ist, hat hier schon eine LED, kleine LED-Runde herum. Und wir werden bald auch zeigen, wie stark dieser Scheinwerfer ist. Okay, hat auch Abdeckung zum Schutz. Okay. Und kann man wirklich sehen, an die Gehose, an die Gehose, an die Materialien, an die elektronische Systeme. Das wir sprechen, ist hier über eine super gute Qualität von einem Produkt. Keine typische Kopie, sondern eigene Entwicklung, gute Scheinwerfer mit super guten Preisen. Sie müssen ein bisschen über die Preisen lernen. Besuchen Sie bitte unsere Website. Und dort können Sie ein bisschen mehr Informationen bekommen. Und auch die Preise von den Scheinwerfern. Okay. Hier haben wir den Well-Done 1L10. Ein LED mit 10 Watt Spotlicht. Runde Scheinwerfer. Hier haben wir den Well-Done 1L10. Ein 10 Watt LED Scheinwerfer. Er ist quadratisch. Mit sehr schönen Aluminiumgehorsen. Und dieser ist ausgestattet mit einem besonderen Reflektor, einem flottlichen Reflektor und einem besonderen Linsen. Okay. Und dieser Scheinwerfer hat die ganze gleiche Technologie, genauso wie die 1L1. Aber nur mit quadratischer Form. Hier, ich möchte euch zeigen, der beste Arbeitsscheinwerfer, den ich kenne. Dies ist der 4N40 Watt Arbeitsscheinwerfer. Es ist ausgestattet mit 4 LEDs, jeder mit 10 Watt. Okay. Und Sie können auch sehen, es gibt hier eine besondere Linse und einen besonderen Reflektor. Das hilft uns oder bringt uns zu einer besseren Leistung. Diese ist auch mit Aluminiumgehorsen. Da kommt auch eine Halterung dabei und ein Verkabel. Die Balken-Syria von Well-Done ist eine sehr besondere Syria. Die Scheinwerfer sind so robust und so stark, das kann man alles mitmachen. Sie können runterfallen. Gar nicht, wie es passiert. Okay. Gegen die Felgen werden sehr stark. Sie sind super, super stark, super, super stabil und sie werden immer weiter funktionieren. Es gibt einen sehr lustigen Film von der Firma, wo man kann sehen, wie sie testen, wie sie haben diese Scheinwerfer testen. Wir können diese Testen nicht machen, aber wir unbedingt können euch zeigen, wie gut diese Scheinwerfer ist, wie stark ist diese Aluminiumgehorsen, wie schlau die Firma hat diese Scheinwerfer entwickelt. Sie haben besondere Linzen, besondere Reflektoren, sehr super und sehr entwickelt elektronisches System zum Kühlen und auch zum Beleuchtung zu kontrollieren. Diese Scheinwerfer können mehr als 50.000 Stunden arbeiten. Sie sind ausgestattet auch mit zwei Art von Halterungen oder hier eine mittlere Halterungen oder Seitenhalterungen. Wir werden mit diesen Scheinwerfer nicht nur ein bisschen breiter, mit vier LEDs, jeder mit 10 Watt ausgestattet. Diese, wir sprechen über einen Eurobeam. Eurobeam kommt zwischen dem Flutlicht und dem Flutlicht. Er kommt auch mit einer Verkabelung und Relais und einem Switch. Es ist optimal von Off-Round, diese große, kann man zwei Stück auf den Seiten mit Flutlicht haben und eine auf der Mitte mit Spot. Meine Lieblings-Scheinwerfer, der Giant, die große Scheinwerfer, die gibt es, die große LED-Rund-Scheinwerfer, die gibt es. Es ist so elegant und so stabil, dass wenn man ein Gefühl für ein Produkt haben kann, so für solche Produkte habe ich ein Gefühl. Diese, die Giant, der 120 Watt, der starke, die gibt es, die Leistung ist, so gut ist und hat noch ein besonderes Feature drin. Erst die Angel Eye, okay, sehr elegant.